Also ich kannte den Film noch nicht, bevor ich von diesem Projekt erfahren habe. Ich habe ihn mir aber dann natürlich sofort angeschaut. Mein Name ist Dominik Hees und ich spiele den Martin im Musical Knocking on Heaven's Door. Es geht um zwei Männer, die sich im Krankenhaus kennenlernen und sich gegenseitig erzählen, dass sie schwer erkrankt sind. Und die beiden machen sich auf eine letzte Reise, in der sie noch mal alles erleben, was sie in ihrem Leben versäumt haben. Dieses Thema, was man noch mal machen möchte, bevor man nicht mehr lebt, das berührt auch jeden. Und ich glaube für den Zuschauer ist es schön, das zu sehen und sich vielleicht auch davon inspirieren zu lassen, dass man eben die Dinge tun sollte, die man tun möchte und dass man nicht zu lange wartet und sich Wünsche erfüllt oder Träume erfüllt. Das war ganzesen, hat Erfolger aus dem die